Das Monster stört nie, wie oft man es auch tötet. Es wechselt nur seine Haut und verändert seine Gestalt. Wo fahren wir hin, Kessler? Nach Wolfburg. Was ist denn Wolfburg? Der Tod, Agent Blazkowicz. Der Tod. Blazkowicz, töten Sie nur, wenn es nicht anders geht. Wie bitte? Ich soll jeden töten, den ich sehe? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sieh einer an. Es regnet Arschlöcher.